Ein Sprung aus 25 Metern Höhe in ein nur 3,50 Meter tiefes Becken. Und roter ist nichts als harter, kalter, sauer, länder Fels. Für dieses wirklich lebensgefährliche Ritual braucht ihr jetzt bitte absolute Stelle. Was? Ja. Ja, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Der Kahn hat seine Tochter wieder. Auf dieser Tonne ist der starke...